Am Mittwoch verloren im Iran mehr als 100 Menschen bei einem Anschlag am Grab des Generals Qassem Soleimani ihr Leben. Das Regime kündigt eine entschiedene Reaktion an. Irans Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei hat nach der Terrorattacke in Kaman mit mehr als 100 Toten eine scharfe Reaktion angekündigt. Sie sollen wissen, dass diese katastrophale Tat eine harte Antwort nach sich ziehen wird, so Gott will, sagte der Religionsführer am Mittwoch laut einer Mitteilung, die in den Staatsmedien veröffentlicht wurde. Den Opfern und Familien sprach der 84-Jährige sein Mitgefühl aus. Am Todestag des mächtigen iranischen Generals Qassem Soleimani wurden in dessen Heimatstadt Kaman bei zwei Explosionen mehr als 100 Menschen getötet und rund 210 weitere Menschen verletzt. Es war der tödlichste Anschlag in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik.